Hallo, in diesem Video nur ein Hinweis auf eine recht interessante Entwicklung. Im Urheberrecht gibt es die sogenannte Störerhaftung. Das war eines der vielen Geschenke an die Urheber bzw. an die Rechteverwerter. Das gibt es nur im Urheberrecht und das ist auch besonders. Ebenfalls ist besonders, der Urheber hat dadurch keinen direkten Vorteil. Wenn ich zu Hause einen Schrank voller Waffen hätte und Sohnemann würde sich dazu berufen fühlen, Headshots in der Gegend zu verteilen bei einem Amoklauf, dann würde mir nichts passieren. Hat es schon gegeben in Deutschland, insoweit da einfach nachlesen. Wenn aber jemand ohne meine Erlaubnis oder mit meiner Erlaubnis meinen WLAN-Anschluss benutzt und dort etwas tauscht, was er nicht hätte tauschen dürfen, dann hänge ich mit. Das ist für tausende von Familien in Deutschland immer wieder eine Belastung. Und ein weiterer Punkt ist hier gegeben. Es gibt praktisch keine Unschuldsvermutung. Die IP, die ganz klar nicht auf einen Menschen zeigt, sondern nur auf einen Anschluss, die wird als ausreichend als Beweis angesehen. So gibt es dann Dutzende von Fällen, wo zum Beispiel die Familie im Urlaub war und Fremde haben das WLAN genutzt. Oder ein Einbruch in das WLAN. Das wurde alles dokumentiert, das hat alles nicht gereicht. Es gibt sogar einen Fall, da wurde eine Oma verknackt. Und das, obwohl sie noch nicht mal einen eigenen Computer hatte. Ein Zahlendreher bei der IP-Übermittlung des Providers haben schon so manchen Uni-Professor in Schwierigkeiten gebracht. All das ist überhaupt kein Problem, denn es muss ja nicht gerecht zugehen. Und schon gar nicht im Urheberrecht. Dass diese Regelung störend ist, das merkt eigentlich jeder Zwölfjährige nach fünf Minuten. Aber was tut man nicht alles für schwarze Koffer? Und so riskiert jedes Hotel in Deutschland, jedes Café, jeder Messeveranstalter oder absolut jeder Kopf und Kragen, wenn er anderen sein Internet zur Verfügung stellen will. Interessante Anmerkung da. Ich habe während eines Studiums mal ein Internetcafé betreut in Sachen IT. Und da kam jeden Monat ein Schreiben vom BKA reingeflattert, weil man wieder irgendein Kunde mit der geklauten Kreditkarte eingekauft hat. Der Witz bei der Geschichte ist eigentlich, dass es dem Betreiber eines Netzwerkes gesetzlich untersagt ist, seine Kunden zu überwachen. Das heißt, der Internetcafé-Betreiber, der darf gar nicht überwachen, was seine Kunden machen. Insoweit kann er dann auch nicht wissen, wer Online-Shopping gemacht hat oder ähnliches. Und deswegen kann er den Schuldigen nicht kennen. Die Polizei, die sollte das eigentlich wissen. Aber okay, sie haben trotzdem gefragt und auf dieses Schreiben hat das Internetcafé dann quasi mit einem Standardvordruck geantwortet. Von wegen, wir schreiben nicht mit, dann können wir auch nicht wissen, wer irgendwas gekauft hat. Und das war zum Teil richtig schwerer Betrug gewesen. Denn, Sie können sich vorstellen, mit den geklauten Kreditkarten, da wurden keine Sonderangebote beim Aldi online gekauft, sondern damit wurde richtig teurer Kram gekauft. Okay, also schwerer Betrug bekommt in Deutschland keine Sonderbehandlung. Aber wehe, jemand lädt über P2P eine Datei in Deutschland runter. Dann ist wieder mal Schluss mit Lustig. Also all diese Unternehmen stehen mit einem Bein im Knast. Also gibt es ein Problem für Internetanbieter. Naja, nicht ganz, denn, ebenfalls interessant, dass Ihr Provider von der Störerhaftung ausgenommen wurde. Da haben sich also rechtzeitig die Lobbygruppen in Gang gesetzt und gemeldet, dass sie diesen Blödsinn nicht mitmachen würden. Aber Hotels, Bahnhof, Messe und so weiter, Internetcafé, das sind keine Provider. Wobei ich zumindest nach meinem Dafürhalten Internetcafé-Betreiber auch noch als Provider sehen würde. Denn beide verkaufen, also der normale Internetprovider wie das Internetcafé, beide verkaufen das Internet beziehungsweise den Zugang. Bei einem Hotel, klar, da kann man sagen, das ist wohl eher eine Nebenleistung. Wobei man natürlich auch sagen könnte, jeder, der einen Zugang anbietet, ist Zugangsanbieter und damit Accessprovider. Genauso wie die Telekom. Egal. Sehen offenbar alle anders. Trotzdem ist es ein Problem. Und das hat jetzt auch die Länderregierung von Berlin, die Länderregierung von Bremen und auch von Hamburg erkannt. Die wollen nämlich kostenloses und offenes WLAN für alle anbieten. Quasi ein Service der Stadt, weil man erkannt hat, dass Internet immer wichtiger wird, dass es ein Muss ist. Jeder muss immer und überall ins Internet können. Tja, und da haben die Leute also relativ schnell das Problem erkannt, dass sie wahrscheinlich 10 Minuten nach der Online-Schaltung schon verklagt werden, weil irgendjemand eine MP3-Datei runtergeladen hat. Das Urheberrecht bremst mal wieder. Das ist den Damen und Herren aus den Stadtstaaten natürlich auch klar und insoweit haben die eine Eingabe über den Bundesrat gestartet, nach der Anbieter offener WLAN-Netze wie Provider behandelt werden sollen. Wenn das durchkommt und je nachdem, wie das formuliert wird, könnte das durchaus lustig werden. Warum mein eigenes WLAN mit einem Passwort schützen? Da kann einer einbrechen und dann bin ich dran. Wenn ich stattdessen einfach gar kein Passwort benutze, dann habe ich ein offenes WLAN, bin quasi Provider. Dann kann mir auch nichts mehr passieren. Da wird so manch einer zum freiwilligen Nachbarschafts-Provider. Man darf also gespannt sein. Okay.